Guten Abend. Dauerregen, orkanartige Stürme, Überschwemmungen, die bereits drei Todesopfer gefordert haben, Hangrutschungen. Die Unwetterkatastrophe hat unser Land derzeit fest im Griff. Speziell Ostösterreich. Ganz Niederösterreich ist derzeit als Katastrophengebiet eingestuft. Wir wollen heute über die Ursachen und einige Auswirkungen reden und ich begrüße bei mir im Studio den Leiter des Instituts für Klimafolgenforschung bei der Geosphere Austria, Marc Olews. Schönen guten Abend. Meinen Kollegen von unserer Wirtschaftsredaktion Christoph Danninger. Guten Abend. Und aus dem Hochwassergebiet im Tullner Becken ist uns Roman Neunteufel zugeschaltet erst am Institut für Siedlungswasserbau und Gewässerschutz an der Universität für Bodenkultur Wien tätig. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Eine kurze Einstiegsfrage an alle. Erst ein extrem langer und heißer Sommer und dann innerhalb von wenigen Tagen ein totaler Wetterumschwung, Temperatursturz von der Hitze und massiven Trockenheit in eine Unwetter- und Überflutungskatastrophe. Vielen Menschen macht das alles Angst. Ihnen auch, Herr Olews? Also wenn man diese Bilder der Wassermassen sieht, insbesondere dann auch in der Stadt wie Wien, des Wien-Flusses zum Beispiel gestern, dann macht das einem sehr wohl Angst. Aber man versucht das natürlich auch wissenden Geistes als Experte unter Kontrolle zu halten, denn Angst ist auch irgendwo wichtig, um dann wachen Auges darauf reagieren zu können. Christoph Danninger. Es stimmt jedenfalls auch bedenklich, weil die Kosten zunehmen, die Unwetterereignisse nehmen zu und damit eben auch die Kosten für diese Schäden. Herr Neunteufel. Ja, es macht uns auf jeden Fall hier jetzt gerade in dem Gebiet und in dieser Situation sehr betroffen und auch Angst natürlich. Wir haben immer damit gerechnet, dass solche Zustände passieren können, dass extreme Niederschläge großflächig auftreten können, aber dass man dann auch selber davon eigentlich sehr schnell innerhalb von einer Woche, mehr oder minder ab dem Zeitpunkt, wo man erkannt hat, es wären große Niederschlagsmengen, dass man dann selber so schnell davon betroffen sein kann. Ja, das ist wirklich eine große Herausforderung und ja, macht Angst. Herr Olews, nicht jede Wetterkatastrophe ist ja eine Folge des Klimawandels, diese aber zumindest teilweise schon, wenn ich richtig informiert bin, weil sich nämlich das Mittelmeer aufgeheizt hat wie noch nie. Können Sie noch einmal kurz erklären, was da jetzt, warum so auf uns niedergegangen ist und niedergeht? Der Klimawandel, die Erderhitzung ist nie der alleinige Grund für solche Katastrophen. Er verschärft aber derartige Wettersituationen, indem sie eben intensiver und auch teils häufiger hervorkommen. Zwei Dinge muss man hier nennen. Die Erde erhitzt sich ja als Ganzes und das europäische Festland und die daran angrenzenden Meere und Ozeane sind heute um zwei bis drei Grad wärmer im Vergleich zu vorindustrieller Zeit 1850 bis 1900 durch den Menschen gemachten Eingriff. Das bedeutet, alle Luftmassen, egal ob es die kalten Polaren oder die feuchtwarmen mediterranen Luftmassen sind, sind wärmer geworden. Und gesättigte Luft, die pro Grad wärmer ist, kann eben 7 Prozent mehr Wasserdampf pro Grad Erwärmung aufnehmen. Das heißt, diese Atmosphäre kann als Ganzes mehr Wasserdampf halten. Zudem kommt, dass aufgeheizte Oberflächen eben dieses Wasser auch schneller verdunsten lassen. Der sogenannte Dampfhunger der Luft wächst. Das bedeutet, dieses Wasser kann einerseits besser und effizienter in die Luft abtransportiert werden und dann in dieser Luft eben auch über größere Strecken weiter transportiert werden. Das sind die beiden Effekte, die wir hauptsächlich hier verschärfend in so einer Wettersituation dem menschengemachten Klimawandel zuschreiben können. Und das ist jetzt plötzlich, also normalerweise kennt man ja vom Sommer, wenn es sehr heiß ist, dann kommen Gewitter. Diesmal aber war das mit einem Temperatursturz verbunden. Es hat ja im Gebirge auch ziemlich heftig geschneit. Gab es da jetzt noch eine besondere Wetterlage? Warum ist es jetzt so gekommen? Die Wetterlage, die jetzt mit dieser aktuellen Flutkatastrophe in Zusammenhang hängt, steht. Das ist ein sogenanntes 5b-Tief, das ist einfach eine Klassifikation. Das ist eine Art von Tiefdruckgebiet, die im westlichen Mittelmeer entsteht und dann nordöstlich in Richtung Balkan zieht. Das Fatale an dieser Wettersituation war, dass sich dann dieses Tief eigentlich über den Balkan festgesetzt hat und dort fast ortsfest feuchte Luftmassen an den Alp-Nordrand geschaufelt hat. Und zu diesen unglaublich extremen Niederschlagsmänen von bis zu 400 Liter pro Quadratmeter, zum Beispiel in St. Pölten oder auch in Langenlebern geführt haben, die ungefähr dem fünfeinhalbfachen einer durchschnittlichen gesamten Septembermonatssumme des Niederschlags entsprechen. Viele Menschen in Österreich können sich an so eine Unwetterkatastrophe nicht erinnern, speziell, dass das jetzt alles so lange dauert und die Regenmengen dadurch so enorm sind. Ist das auch eine Folge des Klimawandels, dass sich die Wetterlage so lange hält? Wir stellen tatsächlich im Sommerhalbjahr fest, dass sich Wetterlagen tendenziell länger halten. Also so wie wenn man einen Föhn oder eine Gießkanne zu lang auf die gleiche Stelle hält, dann wird es zu heiß bzw. das Wasser geht über. Ob das jetzt auf diese spezifische Wetterlage, auf die aktuelle Wetterlage zutrifft, das muss dezidierte wissenschaftliche Untersuchungen jetzt im Nachgang zeigen. Genauso wie groß eben effektiv nachher die Rolle dieser überwärmten Meere in dieser Wettersituation ist. Und wie kann man das dann im Nachhinein noch feststellen? Das macht man mit sogenannten Attributionsstudien. Das heißt, man nimmt Wetter- und Klimamodelle zur Hilfe und untersucht praktisch dieses ganze Klimasystem in einer Welt ohne menschengemachten Klimawandel und in einer Welt mit menschengemachten Klimawandel. Das kann man nur bei Ereignissen machen, die auch groß genug sind von der Skala her, dass sie auch reproduziert werden können. Also zum Beispiel mit Hagel oder mit Tornados funktioniert das nicht. Wenn wir sehen, dass die Modelle schaffen, diese tatsächlich beobachteten Ereignisse wirklich wiederzugeben, dann können wir eben diese Experimente machen. Das wurde zum Beispiel bei der Ahrtalflut im Jahr 2021 in Deutschland auch gemacht. Und am Ende hat man dann eine Aussage, inwieweit intensiver oder auch häufiger der menschengemachte Klimawandel so ein Ereignis gemacht hat. Das heißt, Sie würden sich jetzt noch nicht trauen zu sagen, ob unsere Wettersituation, unsere Katastrophe, die derzeit über unser Land hereinbricht, jetzt eine Folge des Klimawandels ist oder nicht? Oder würden Sie sich da schon trauen, das zu sagen? Sie ist definitiv, also der menschengemachte Klimawandel verschärft definitiv diese Wettersituation, weil kurzzeitiger und auch länger andauernder Extremregen im Klimawandel häufiger wird und alle Luftmassen eben wärmer wird, wie ich es vorhin beschrieben habe. Aber wie, in welchem Ausmaß genau diese Verschärfung jetzt momentan relevant ist, das muss diese Studie eben dann noch zeigen. Wird so etwas jetzt häufiger werden? Erst Trockenheit, dann Überflutungen oder auch umgekehrt? Worauf müssen wir uns in der Zukunft einstellen? Also diese ganz spezifische Wettersituation, diese sogenannte 5b-Tief, mit dem wir es derzeit zu tun haben, die eben für diese massiven Hochwässer sorgt, die wird nicht unbedingt häufiger werden im Klimawandel, weil sich auch die Strömungssysteme verändern. Aber wir rechnen eben damit und das sehen wir auch in den Beobachtungen, dass sie intensiver werden. Davon unterscheiden müssen wir ganz klar kleinräumige Unwetter, wie wir es diesen Sommer auch erlebt haben. Stichwort Hollerbrunn-Katastrophengebiet oder auch massive Schäden an der Albergpassstraße. Das waren kleine Unwetter, sommerliche Gewitter, die im Zusammenhang eben mit Hagel und kurzzeitigen Starkregen stehen. Die stehen in noch einem viel stärkeren Zusammenhang mit dem Klimawandel und extreme Stundenniederschläge haben sich seit den 80er Jahren um bereits 15 Prozent intensiviert. Also dort ist der Zusammenhang ganz klar und allgemein bei flächendeckenden Niederschlägen, also bei Tagessummen, sehen wir, dass es eine Verschiebung der Niederschlagsintensitäten gibt. In dem Sinne, dass Tage mit hohen bis extremen Niederschlägen um circa 30 Prozent zugenommen haben zu Lasten von Tagen mit sehr schwachen und geringen Niederschlagsmengen seit den 60er Jahren. Also die Extreme nehmen zu. Danke vorerst Herr Olews. Tausende Häuser und ganze Ortschaften sind unter Wasser. Viele tausend Menschen sind unmittelbar betroffen und praktisch alle in der Region indirekt etwa durch Schulschließungen oder Einschränkungen im Verkehr. Christoph Danninger aus unserer Wirtschaftsredaktion im Osten und ganz besonders in Niederösterreich gibt es zahlreiche Straßensperren. Können Sie uns kurz einen Überblick geben, welche Hauptverkehrsverbindungen auf der Straße derzeit betroffen sind und wie lange das noch andauern wird? Insgesamt sind noch rund 250 Straßen gesperrt. Die meisten, wie Sie gesagt haben, in Niederösterreich. Die Autobahnen, also die Südautobahn und die Westautobahn, die gesperrt waren, die sind mittlerweile wieder frei. Es gibt noch eine Sperre auf einer Schnellstraße, auf der S3, der Weinviertler Schnellstraße, die ist noch an zwei Stellen gesperrt. Allerdings gibt es hier örtliche Umleitungen, aber es gibt eben viele andere Straßen, die vor allem auch für Pendler wichtig sind, die weiterhin gesperrt sind. Die B1, die Wiener Straße an mehreren Stellen, die B11 in Niederösterreich an mehreren Stellen. Also die meisten Straßensperren gibt es in Niederösterreich, einige auch in der Steiermark. Ein paar gar nicht so unwichtige wie die B138, die Birnpassstraße zwischen Lietzen und Spital am Birn oder die B146, die Gesäusestraße im Gesäuse. Wie lange das dauern wird, ist schwer zu sagen. Auf den Autobahnen und Schnellstraßen ist auch der Hochwasserschutz in der Regel so gemacht, dass dort relativ bald, nachdem sich die Situation beruhigt, die Straße wieder freigegeben werden kann. Auf manchen Straßen, wie beispielsweise eben, wer mal jetzt an das Gesäuse denkt, wenn da möglicherweise Vermurungen noch damit verbunden sind, wird das unter Umständen durchaus länger dauern. Aber das hochrangige Straßennetz in Österreich funktioniert. Das ist eigentlich die wichtige Botschaft. Wie schaut das mit der Eisenbahn aus? Welche Strecken sind hier immer noch gesperrt? Insgesamt sind derzeit noch gut 30 Bahnstrecken gesperrt. Darunter auch eine der wichtigsten Bahnstrecken in Österreich, nämlich die Westbahn. Die ist zwischen Amstetten bzw. Linz und Wien weiterhin gesperrt. Morgen heißt es von den ÖBB am Vormittag will man entscheiden, wie es da weitergeht. Es gibt da jetzt noch keine konkrete Prognose, aber das ist auf jeden Fall eine ganz massive Einschränkung im Bahnverkehr in Österreich. Auch die Ostbahn ist weiterhin unterbrochen. Das betrifft etwa die Züge zwischen Wien und Budapest, also eine internationale Linie auch. Bei der Südbahn ist es jetzt so, mittlerweile hat man da den Nahverkehr zwischen Wien und Peierbach-Reichenau wieder aufgenommen. Der gesamte Verkehr, also auch der internationale Verkehr, der Fernverkehr zwischen Wien und Klagenfurt bzw. Wien und Graz, der wird dann morgen in der Früh mit Betriebsbeginn wieder aufgenommen. Das heißt, morgen gibt es auf der Südbahn auch eine sehr wichtige Bahnstrecke Entwarnung. Viele Regionalbahnen bleiben wahrscheinlich noch länger gesperrt. Da gibt es noch keine Prognosen. Die sind dann vor allem oft wieder eben auch für Pendler wichtig, beispielsweise die Gutensteiner Bahn in Niederösterreich oder die Wechselbahn, auch die Franz-Josefs-Bahn vom Waldviertel Richtung Wien. Also das wird sicher noch länger ein Thema. Warum dauert das bei der Bahn so relativ doch viel länger als auf der Straße, dass wieder aufgesperrt werden kann? Eine Eisenbahnstrecke ist ein wesentlich komplexeres technisches Machwerk. Heute sind Bahnstrecken nicht nur einfach Schienen, die irgendwo verlegt werden. Damit verbunden ist eine hochkomplexe Sicherungstechnik, sehr viel Elektronik. Es geht also um den Oberbau, es geht um die Sicherheits- und die Sicherungstechnik. Es geht auch um die Oberleitungen. Also da steckt extrem viel Technik dahinter. Die ist sensibel, die muss überprüft werden. Sicherheit ist im Bahnverkehr ein ganz großes Thema und das dauert halt dann einfach länger. Kann man eigentlich sagen, wie viele Menschen davon betroffen sind, dass man derzeit nicht zwischen Wien und Linz hin und her fahren kann mit der Eisenbahn? In etwa 50.000 Personen sind das, die pro Tag diese Strecke nutzen. Wie ist die Lage in Wien? Hier sind ja die Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr so groß wie gefühlt noch nie. Und hier sind ja sehr viele auf die Öffis angewiesen und fragen sich jetzt, wie sie morgen in die Arbeit oder zur Schule kommen sollen. Vor allem das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs in Wien ist letztlich die U-Bahn. Die hat enorme Beförderungskapazitäten und vier von fünf U-Bahn-Linien sind in der Zeit in Wien zumindest teilweise unterbrochen. Am längsten, also der größte Abschnitt, der unterbrochen ist, das betrifft die U4. Diese U-Bahn-Strecke verläuft zum Teil neben dem Wien-Fluss. Normalerweise, wer das kennt, so ein kleines Rinnsaal. Und in der jetzigen Situation hat sich dieser kleine Wien-Fluss zu einem wirklich reißenden Fluss entwickelt. Das Wasser ist da teilweise über die Schutzmauern übergeschwappt. Und nachdem die U-Bahn parallel verläuft, musste man, da gibt es spezielle Hochwasserschutzeinrichtungen, musste man diese Hochwasserschutzeinrichtungen anbringen, damit überschwappendes Wasser nicht in die Tunnel eindringt. Das dauert sehr lange, diese Vorrichtungen anzubringen. Das heißt, vor Mittwoch wird sich diese Situation auch nicht ändern. Was derzeit bleibt, ist Bus und Straßenbahn. Dieses Netz funktioniert im Wesentlichen relativ gut, muss man sagen. Also die Leute haben sich auch darauf eingestellt, man kommt ans Ziel, es dauert halt nur länger. Noch eine allgemeine Frage. Muss man sich eigentlich mit so einem Hochwasser einfach abfinden? Oder gäbe es auch die Möglichkeit für die Zukunft, Bahnstrecken und Autobahnen hochwassersicher zu bauen? Das wird ein immer größeres Thema. Bei der Bahn war das immer schon in irgendeiner Form ein Thema. Als man die Adlbergbahn gebaut hat, hat man schon Lawinenschutzbauten mitgedacht. Aber natürlich, diese Unwetterereignisse nehmen zu und diese Unwetterschutzeinrichtungen werden ein immer größeres Thema. Die ÖBB konnten auf meine Anfrage heute nicht eine konkrete Zahl nennen, wie viel man da im Jahr investiert. Man spricht von einem zweistelligen Millionenbetrag. Das ist natürlich jetzt ein sehr dehnbarer Begriff. Aber was man sehr konkret sagen kann, ist, dass man im letzten Jahr zum Beispiel 100 Kilometer Schutzwald entlang von Bahnstrecken angelegt hat. Man versucht, hochwachsende Bäume beispielsweise wegzubringen von der Nähe der Bahnanlagen, wenn die Bäume umstürzen, damit die dann nicht die Oberleitungen herunterreißen. Man hat Drohnen gekauft, die dann an bestimmten Punkten, neuralgischen Punkten platziert werden, um einen Überblick über Unwetterereignisse zu bekommen und frühzeitig reagieren zu können. Sie haben jetzt gerade ein Stichwort geliefert, Oberleitungen. Jetzt geht es um das Thema Stromversorgung. Heute hat nämlich eine Meldung für Aufregung gesorgt, wonach einige große Kraftwerke an der Donau gedrosselt wurden. Ingun Metelko, Unternehmenssprecherin des Verbunds, gibt aber im Interview mit meiner Kollegin Astrid Plank Entwarnung. Aufgrund der Hochwassersituation ist es bei uns auch an der Donau im Laufe des vergangenen Wochenendes zu Einschränkungen in der Stromerzeugung gekommen. Konkret betroffen die Kraftwerke Ibs-Bersenburg, Melk und Freudenau, die seit Samstag die Stromerzeugung abgestellt haben. Das gibt keinerlei Schäden an den Kraftwerken. Diese temporäre Erzeugungseinschränkung ist eigentlich eine Folge der Wasserführung und des Hochwassers. Üblicherweise in einer solchen Situation springen bei uns die Speicherkraftwerke ein oder die Gaskraftwerke. Aber heute fängt die Windkraft einen großen Teil dieser Ausfälle ab. Das heißt, es gibt keinen Engpass bei der Stromversorgung für Ihre Kunden? Wir erzeugen in Österreich ausreichend Strom. Wir können Österreich gut mit Strom versorgen. Ich darf hier wirklich die Sorge nehmen. In Niederösterreich waren aber in den vergangenen Tagen sehr viele Haushalte ohne Strom. Wegen umgestürzter Bäume und überschwemmter Trafostationen. Am Wochenende waren es zeitweise 20.000. Heute Vormittag immer noch 3.000. Laut EVN werden es aber immer weniger. 350 Monteure sind unterwegs, um die Stromversorgung wiederherzustellen. Die spektakulären Bilder vom Stausee Ottenstein, die man zuletzt gesehen hat, die sollten uns laut dem Sprecher der EVN nicht beunruhigen. Der Stausee am Oberlauf des Kamp habe noch viel Aufnahmekapazität. Im Gespräch mit Astrid Plank erklärt Stefan Zach, wie die Wasserkaskaden quasi aus der Staumauer heraus einzuordnen sind. Das ist ein total kontrollierter Vorgang. Wir haben an der Mauerkrone zwei sogenannte Hochwasserklappen, die wir umlegen können, um zusätzliche Wassermengen an den Kamp weitergeben zu können. Wären die geschlossen und wir hätten oben eine glatte Fläche, dann würde der Stausee, wenn er voll wäre, das Wasser über die gesamte Mauer abgeben und würde sie möglicherweise seitlich ausspülen. Das gilt es zu vermeiden. Es ist sehr spektakulär, aber es ist ungefährlich. Was ist denn heute der Unterschied zu dem Riesenhochwasser im Jahr 2002 oder auch dann in späteren Jahren? Hat sich da für Sie etwas weiterentwickelt? Ja, da hat es unglaubliche Fortschritte gegeben, Gott sei Dank. Damals gab es keine Hochwasserprognosen. Da kam das Hochwasser sehr überraschend. Innerhalb von 24 Stunden sind Unmengen von Wasser den Kamp hinunter geflossen. Das war dieses Mal anders. Auf Basis der wirklich guten Prognosemodelle der Hydrologen konnten wir bereits mehrere Tage die Speicher entleeren und Reserven schaffen, damit wir große Wassermengen abfedern können. Es war auch genug Zeit für die Behörden, die Menschen im Kamptal in den von Überflutung bedrohten Gebieten zu warnen. Und auch die Möglichkeit zu geben, dass man wichtige Dinge auch in Sicherheit bringen kann. Noch also hält der Staudamm auch dank der exakten Wetterprognosen in einem betroffenen Gebiet in Niederösterreich ist derzeit Roman Neunteufel, nämlich im Tullner Feld. Herr Neunteufel, Sie sind nicht nur Wasserexperte an der BOKO, sondern eben Betroffener. Sie befinden sich in Ihrem Wohnort in der Marktgemeinde Michelhausen im Tullner Feld. Das Gebiet steht teilweise unter Wasser. Hier ist auch ein Feuerwehreinmann bei einem Einsatz gestern tödlich verunglückt, wie wir berichtet haben. Wie hat sich denn die Lage heute entwickelt, Herr Neunteufel? Ja, was wir heute gesehen haben, waren trotz bereits sehr hoher Wasserstände, also großflächiger Überschwemmungen, die wir wirklich in der Gemeinde haben oder in vielen Ortschaften der Gemeinde haben, hat es weiter geregnet. Und man beobachtet natürlich dann, ob die Überflutung, ob die Wasserstände weiter steigen, ob irgendwann das Erdgeschoss von Häusern erreicht wird, ob Wasser in die Erdgeschosswohnungen eintritt oder ob es sich eventuell ausgehen kann, dass man irgendwie trocken bleibt. Also das ist so ein bisschen die Lage, in der sich ganz, ganz viele Menschen natürlich momentan befinden. Einige Ortschaften sind mittlerweile komplett evakuiert worden, weil in der Nähe Dämme von Flüssen gebrochen sind und dann kommen noch viel größere Wassermassen als ohnehin schon durch diese niederschlagsinduzierten Überflutungen in der Fläche sich befinden aus den hochwasserführenden Flüssen heraus und sorgen noch einmal zusätzlich für eine Zunahme der Wassertiefe und gefährden natürlich dadurch nicht nur Häuser, was schlimm genug ist, aber auf jeden Fall auch Menschenleben. Und wie ist es bei Ihnen zu Hause? Haben Sie auch schon das Wasser im Wohnzimmer stehen? Ich habe es nicht im Wohnzimmer stehen, aber ich habe es schon fast auf Armlänge. Also man sieht es schon recht gut. Es ist schon direkt auf der Straße vor dem Haus, wo steht das Wasser. Aber es ist bei uns eben eine großflächige Überschwemmung. Es ist kein Hochwasser aus einem reißenden Fluss. Also wir sind hier nicht unbedingt in der Nähe eines Fließgewässers. Aber auf jeden Fall hat der Regen also dazu geführt, dass wir hier wirklich ganz, ganz großflächige Überschwemmungen sehen. Es wirkt ein bisschen, wie wenn man an der Donau wohnt oder am Neusiedlersee, wenn man in die Gegend hinausschaut. Da stehen die Felder schon voller Wasser und gerade die Siedlung ist vielleicht doch nicht so stark betroffen. Das heißt, das ist dann eine Überschwemmung, die vom steigenden Grundwasser her rührt. Kann man das so sagen? Nicht wirklich vom steigenden Grundwasser. Es ist eine niederschlagsinduzierte Überflutung. Das heißt, es kommt einfach so viel Niederschlag daher, dass die Böden irgendwann einmal Wasser gesättigt sind. Das Wasser kann in der Ebene auch nirgends mehr hinab fließen. Nicht so wie bei einem Gewitter oder bei einem Starkregenereignis, dass wir also hier kleinräumig, relativ kleinräumig betroffen sind. Und das Wasser kann irgendwo hinfließen. Nein, es ist überall der große Niederschlag. Das heißt, es steigt überall das Wasser. Und dann kommen natürlich in leichten Minderungen, da reichen schon wenige Meter Höhenunterschiede, kommen noch Zuflüsse aus höheren Gebieten. Und dort stehen dann Häuser zum Teil eben unter Wasser. Herr Neuntäufel, Sie sind Experte für Siedlungswasserbau und Gewässerschutz. Welche Auswirkungen haben denn so großflächige Überschwemmungen auf das Trinkwasser? Also da kann man sagen, zum einen, die Trinkwasserversorgung ist zum Glück relativ gut abgesichert. Aber wir kennen zwei Mechanismen, wodurch natürlich die Versorgungssicherheit gefährdet werden kann. Das eine ist eben Hochwasser in den Flüssen, reißende oder kleine Bäche, die zu reißenden Flüssen werden, die dann also Infrastruktur zerstören. Man kann sich vorstellen, wenn der Fluss Straßen wegreißt, Häuser wegreißt, Brücken wegreißt, dass natürlich auch die Wasserleitungen, die da drinnen liegen, dementsprechend zerstört werden. Dann ist die Trinkwasserversorgung unterbrochen. Und das andere ist eben, bei diesen großflächigen Überschwemmungen, die wir jetzt hier haben, da können die Leitungen, sind im Prinzip da nicht so in Gefahr. Solange die unter Druck stehen, kann natürlich kein Wasser in die Leitungen eindringen, auch wenn die weit unter Wasser liegen. Aber die Wasserressourcen können beeinträchtigt werden. Also die Brunnen selber können überflutet werden, können ausfallen. Die Qualität des Grundwassers kann beeinträchtigt werden durch starke Zusickerung von der Oberfläche. Da kann man natürlich, oder das setzen die Wasserversorger die Maßnahmen dagegen. Da gibt es Sicherheitschlorierung und so weiter. Und ja, last not least auch natürlich Stromausfälle sind ein Thema, wenn also Wasserpumpen nicht mehr funktionieren. Allerdings hat da die Wasserversorgung in fast allen Fällen sehr gut vorgesorgt, indem es also hier Notstromaggregate und so weiter gibt, beziehungsweise das Wasser in sogenannten Hochbehältern gespeichert ist, wo es dann noch weiterhin frei zufließen kann in die Siedlungen und die Wasserversorgung dadurch abgesichert bleibt. Wie sieht es denn mit der Abwasserentsorgung aus? Wenn die Kanalisation mit Regenwasser voll ist, kann das dann zum Problem werden? Das kann schon zum Problem werden. Das sehen wir auch derzeit aktuell in der Siedlung. Also wir haben überflutete Straßen in der Siedlung. Natürlich ist dann auch der Kanal voll. Da kann das Abwasser aus den Häusern und Wohnungen nicht mehr gut abfließen. Gerade auch bei Stromausfällen gibt es dann Abwasserpumpwerke, die dann vielleicht nicht laufen und dann steht auf einmal das Wasser in den Kanälen, kommt nicht mehr weg und natürlich bleibt dann das Abwasser in den Abflüssen in den Wohnungen stehen. Und was vielleicht ganz schlimm dazukommt, das merken nur die Erdgeschosswohnungen oder die Häuser im Erdgeschoss. Im ersten, zweiten, dritten Stock fällt das nicht mehr so sehr auf, aber wenn dort dann geduscht wird oder die Toilette benutzt wird, dann kann es passieren, dass wenn es nicht in den Kanal abfließen kann, dass das in den Erdgeschosswohnungen wieder zutage tritt. Und das ist natürlich extrem unangenehm. Klingt nicht sehr angenehm, ja. Kann es auch passieren, dass eine Kläranlage überschwemmt wird und quasi der ganze Schmutz dann ins Wasser geschwappt wird? Im Prinzip kann es natürlich passieren. Also zum einen, es sollte einmal nicht Regenwasser in sehr großem Umfang überhaupt zur Kläranlage gelangen. Wenn es zu viel regnet, dann wird das Regenwasser, man sagt, zu entlastet. Das heißt, diese Mischung Regenwasser und Abwasser bei starken Regenfällen wird nach einiger Zeit ausgeleitet in ein Fließgewässer. Das ist dann schon so stark verdünnt durch die starken Regenfälle, dass es im Prinzip keinen großen Umweltschaden mehr anrichtet. Bei den großflächigen Überschwemmungen kann es aber natürlich sein, dass auch die Kläranlage, auch die Klärbecken tatsächlich überschwemmt werden. Und dann ist es nicht nur so, dass die Kläranlage kurzfristig nicht mehr funktioniert, sondern dann wird auch die, also die Abwasserreinigung ist ein biologischer Prozess. Dann wird auch die Biologie ausgeschwemmt aus den Klärbecken. Und das ist dann zum einen die direkte Belastung während der Überflutung und dann eine Zeit lang eine eingeschränkte Effizienz bei der Abwasserreinigung, während sich die Kläranlage wieder einarbeiten muss, also die Biologie wieder herangezüchtet werden muss in den Klärbecken. Viel ist ja in letzter Zeit die Rede von Renaturierung. Inwieweit könnte denn die Renaturierung von Flüssen zur Entspannung bei so einer Hochwassersituation beitragen? Also im Prinzip ja auch wieder zwei Mechanismen. Schauen wir auf das Hochwasser in den Flüssen. Da würde die Renaturierung auf jeden Fall von sehr großem Vorteil sein, wenn der Fluss wieder mehr Platz hat, nicht mehr eingeengt ist in ein schmales, Flussbett, wo also bei Hochwasser bis zur Dammkrone das Flussbett gefüllt ist. Dann kann es auch weniger stark oder weniger leicht passieren, dass eben so ein Damm eines Flusses bricht und wieder dementsprechend akute Hochwassergefahr herrscht. Und zusätzlich tritt vielleicht gar nicht mehr so ein großes Hochwasser auf, wenn der Fluss wieder mehr Platz hat, kann er sich wieder mehr ausbreiten. Aber das ist halt ein großes Problem. Diese Flächen sind natürlich mittlerweile links und rechts der Flüsse alle bewirtschaftet. Und das wird sicher die große Herausforderung werden, diese Flächen dem Fluss wieder zur Verfügung stellen zu können. Bei den aktuellen, großflächigen, niederschlagsinduzierten Überflutungen hat es vielleicht ein bisschen weniger Einfluss. Aber, was auf jeden Fall möglich ist, man könnte eine Entlastung in die Flüsse dann wieder leichter ermöglichen, wenn man also Wasser wirklich aus den Zillungsgebieten in die Flüsse pumpen kann. Wenn die Flüsse durch Einengung schon so voll sind, ist das schwierig. Wir sind jetzt schon fast am Ende der Diskussion angelangt. Herr Olev, sagen Sie noch die Frage, was ziehen Sie denn für Schlussfolgerungen aus diesem Jahrhundert-Hochwasser? Ich glaube, man kann es schon so nennen. Was kann man tun, um für solche Katastrophen besser gerüstet zu sein? Ja, drei Dinge, denke ich. Erstens die Warnung der Behörden und die Handlungsempfehlungen wirklich ernst zu nehmen. Es hat wieder zahlreiche Autofahrerinnen und Autofahrer gegeben, die trotzdem in Unterführungen reingefahren sind. Zweitens, wir müssen uns noch viel mehr daran anpassen. Das bedeutet Bemessungsgrundlagen, also die Dimensionierung von Schutzbauwerken, aber auch Hochwasserretentionsflächen und Rückhaltebecken müssen angepasst werden. In Reichenau an der Rax, wo wir seit 123 Jahren Wetter und Klima messen, war die maximale Viertagessumme vor diesem Ereignis knapp 200 Liter pro Quadratmeter. Jetzt sind es über 300 Liter, mehr als 50 Prozent mehr. Das bedeutet, die Schutzmaßnahmen müssen neu dimensioniert werden. Und last but not least, Emissionen müssen runter. Wir müssen klimaneutral werden, weil es einen ganz klaren Zusammenhang gibt zwischen der fossilen Energienutzung und der weiteren Intensivierung dieser Wetterextreme. Das war eine Diskussion über Ursachen und Auswirkungen des Extremwetters. Ab morgen wird sich die Lage laut Prognosen dann endlich wieder entspannen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, dem Trinkwasserexperten Roman Neunteufel, dem Klimaforscher Mark Oleff sowie bei meinem Kollegen Christoph Danninger aus der ORF-Wirtschaftsredaktion. Morgen holen wir dann die ursprünglich für heute geplante Sendung nach. Da geht es um ein Flüchtlingslager, das Italien in Albanien gebaut hat. Für heute sagt Elisa Wasch im Namen von Redaktion und Technik sowie im Namen aller Gäste Danke fürs Zuhören. Vielen Dank.